Hallo, ich bin die Sophia und ich bin gerade mit meiner Familie hier auf der Mauroberg-Alm und heute haben wir ganz besonders gekocht, das Leibgericht meines Vaters. Das ist der schwarze Blenden mit Mohn, geschmoltener Butter und der Breiselbeermarmelade, natürlich hausgemacht. Und das haben wir gerade zusammen in der Sonne gegessen mit dem Blick auf den Beitler Kofel. Und ja, das schwarze Blenden ist ein Südtiroler Leibgericht sozusagen, ist eine sehr alte Spezialität und das wird gemacht aus Buchweizenmehl und Wasser, also eigentlich ganz leicht. Und das wird dann aufgekocht und schlussendlich dann mit Butter, Mohn und Marmelade verfeinert.